Hui, yeah, das macht dir so viel Spaß zu rutschen. Das stimmt. Yeah, und, oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mal verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und dann eben auf die Glocke. Und dann bist du auch Teil der Centex. Ami, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und komm, die Termine, wir rutschen nochmal. Ja, los, warte. Und, oh, hey, das macht so viel Spaß. Und komm, wir wippen jetzt noch ein bisschen. Ja, warte, so und so. Ich hatte so vermisst, mit dir auf dem Spielplatz zu sein. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Ja, ich stürm dich auch. Du bist einfach der beste Freund, Vitamine, für mich. Ja, du auch, du bist auch mein aller, allerbester Freund. Ja, so, und jetzt wippen wir ein bisschen. Das macht so, so viel Spaß. Und guck mal, eine Sandburg. Oh, eine Sandburg. Das ist auch so, so cool. Und, Vitamine, ich war schon so lange nicht mehr bei dir zu Hause. Und ich will unbedingt mal wieder zu dir. Ja, gerne, Centi, dann aber los, jetzt gleich. Ja, los geht es. Hast du vielleicht auch ein paar Spielzeuge zum Spielen? Ja, die böse Puppe, die du mir geschenkt hast. Oh, nein, Vitamine, rede nicht über diese böse Puppe da. Stimmt, die habe ich erst mal weggeschlossen. Aber ansonsten, natürlich habe ich was zum Spielen. Komm. Genau, los geht es. Ich war hier schon so lange nicht mehr drin. Ich habe dich schon vermisst. Ja, komm, Centi, wir gehen hoch. Yeah, los geht es, Vitamine, spielen. Spielen? Spielen? Ja, spielen. Und, hui, wieviel ist denn mein Drache hier? Das ist meins. Den hast du letztes Mal vergessen. Oh, still, Vitamine, ich habe meinen Drachen letztens vergessen. Egal, das ist nicht so schlimm. Dann können wir mit ihm spielen, okay? Ja, natürlich. So, ich bin jetzt der böse Drache. Und guck mal, ich mache Feuer auf deine Bauklötze. Ich gehe kaputt davon. Und, hui, ich bin kaputt gegangen. Oh, Vitamine, nicht traurig sein. Das ist ja nur ein Spiel. Ja, natürlich. Und so. Aber, Centi, hast du eigentlich schon mal mein Feld gesehen? Dein Feld? Was? Du hast ein Feld, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, da habe ich Karotten. Äh, ach egal, komm bitte, ich zeig dir einfach. Ja, los geht's. Die habe ich noch gar nicht gesehen, dein Feld. Nein, das habe ich dir noch nicht gezeigt. Nein, das habe ich mir noch gar nicht gezeigt. Los. Also, wenn du willst, kannst du hier auch mal ein Essen holen, weißt du? Wow, wie cool ist das denn? Karotten, Kartoffeln und Melonen. Das ist richtig, richtig cool, Vitamine. Ja, das stimmt. Wenn du willst, kannst du gerne mal alles abernten. Yeah, oh, das ist so eine coole Idee gewesen. Du hast jetzt einfach dein eigenes Feld hier. Na gut, Centi, ich muss noch den Rest hier abernten. Und wenn du willst, kannst du mir helfen, aber du kannst auch schon mal nach Hause gehen. Ja, warte, ich gebe kurz den Hundis noch was zum Essen. Und dann komme ich auch wieder zu dir und helfe dir ein bisschen. Ja, okay, Centi, bis gleich. Bis gleich, Vitamine. So, dann gehen wir zu den Hundis. Hallo, Bello. Hallo, Bella. Und da drüben ist schon Bello. Ja, das sind richtig, richtig coole Hundis. Und was ist denn hier? Hallo? Warte mal, hat das Vitamine auch hier hingemacht? Vitamine. Vitamine. Hey. Centi, was ist los? Da drüben ist irgendwas bei meinem Haus. Hä, wurde nicht, sehe doch gar nichts. Guck mal, das sind so, warte, siehst du das jetzt da hinten? Guck mal. Hä, ach hier. Hä, was sind das für Striche? Hast du das hier hingemacht? Nein, keine Ahnung, was das ist, Centi. Hä, es ist richtig merkwürdig. Kann man hier irgendwie runtergehen oder... Wow. Vitamine, schau mal. Das ist ein Geheimgang. Oh, gehtst du zu einer versteckten Schatzkammer? Ja, Alter, du bist zu einer versteckten Schatzkammer. Oh, Vitamine. Ah, Vitamine. Schnell, die Tür ist zum Glück zu. Hast du gesehen, wer da war? Ja, die Granny. Genau, da war die so böse Granny da drunter. Und die hat mich angegriffen. Ich habe mich so erschrocken. Oh nein. Ich dachte, das wäre irgendein Geheimgang zu einem Schatz. Ich dachte auch. Oh nein. Ich habe mich schon so gefreut. Aber komm, Vitamine, für solche Fälle habe ich was vorbereitet. Komm rein in mein Haus. Ja. Guck mal, hier unter meinem Fernsehen... Oh, meine. Hey. Aber nein, das sind nicht für mich Vitamine. Das sind nämlich Waffen für böse Leute. Also, falls mir sowas passiert, dass wir auch die irgendwie angreifen können. Okay. Okay, Cindy. Oh. Meinst du? Aber Granny ist stark und eigentlich unbesiegbar. Ja, das stimmt, Vitamine. Aber wir haben keine andere Chance. Du musst mir helfen. Ich will nicht, dass es hinter meinem Haus bleibt. Ja, natürlich. Wir müssen sie besiegen. Warte, ich mache schon mal hier auf. Genau. Warte, ich mache die Tür auf. Und los, Granny. Komm raus. Kommen Sie. Warte, ich gehe mal gucken. Hey, pass auf auf, Vitamine. Warte, da. Da ist die Granny. Granny, geh weg. Wow. Vitamine. Greif Granny an. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich helfe dir. Los, los. Sieh den Wasser, Vitamin. Das ist eine gute Taktik. Ja, du böse, böse Granny. Genau. Wow, pass auf. Ich bin auch im Wasser. Aua. Oh, ich sehe jetzt gerade wieder nichts, Vitamin. Das ist so gruselig manchmal. Das stimmt. Das ist richtig gruselig. Und ich kriege richtig für Schaden. Genau. Aua. Hilfe, Vitamine. Geh weg, Granny. Granny, lass meinen besten Freund Vitamine in Ruhe. Hilfe, Vitamine. Komm, wir schaffen das, Vitamine. Die ist richtig stark. Ja, wir haben sie besiegt. Yippie. Yippie, yeah. Böse, böse Granny, wir haben dich besiegt. Und guck mal, das war so eine Kammer, wo die irgendwie unten war. Irgendwann, ich möchte wieder raus. Genau, aber was befindet sich dann unter den anderen? Guck mal, hier ist aber so ein Geheimgang. Grün, was könnte grün sein? Ich weiß es nicht. Baldi. Was? Baldi ist da. Oh nein, Vitamine. Wir dürfen jetzt aber keine Angst haben. Wir müssen stark sein. Ja, wir müssen Baldi auch besiegen. Warte mal. Genau, mach die Tür auf. Und wow, Baldi ist hier, Vitamine. Hilfe. Ich habe mich so erschrocken. Komm her, du böser Baldi. Genau. Warte. Hey, lass mein Freund Vitamine in Ruhe. Richtig gefährlich. Ja, pass auf, Baldi ist draußen. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen ihn besiegen. Ich sehe nichts, Zinti. Warte, ich helfe. Ich sehe auch nichts mehr. Er ist so böse. Hey, du böser, böser Baldi. Aber, Mann, wieso sind die mal so gemein zu uns? Wir tun ja noch nichts. Pass auf. Ja, ich muss wegrennen. Lass, Vitamine in Ruhe, du böser Baldi. Genau, du böser, böser Baldi. Genau, Aua. Genau, wir haben mir nichts getan. Nein, Aua. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das, Vitamine. Los, los, los. Und ja, wir haben es auch geschafft. Super, wir sind ein richtig gutes Team. Wie, wir sind ein richtig gutes Team. Wir sind das beste Team, Vitamine. So, und jetzt haben wir schon Granny besiegt. Wir haben Baldi besiegt. Und wer befindet sich wohl hier drunter? Ich weiß es nicht. Schau mal, Vitamine. Wer war das? Jeff. Jeff, dieser böse Jeff. Ja. Nein, warte, ich gehe jetzt vor, Vitamine. Du musst nicht immer vorgehen. Komm her, Jeff. Wow, Vitamine, ich bin hier gefangen mit dem. Du musst runterkommen in einen Notfall. Ja, der ist im Spinnennetz. Eddie, wer ist hier ein bisschen spinnen? Aua, der ist entflohen. Oh nein. Wir müssen ihn hier unten besiegen, Sandy. Genau, komm her, du böser, böser. Hilfe, der ist so stark. Ich bin gefangen, Sandy. Nein, Vitamine. Warte, geht's dir wieder gut? Ja. Los, los, los. Wir schaffen das. Du böser Jeff. Hey, hör auf, Sandy anzugreifen. Genau, lass mich in Ruhe. Und ja, es ist ein Spinnennetz. Es ist gut für uns. Ja, das ist richtig gut. Aua. Und ja, wir haben Dach besiegt. Ja, wir haben alle drei. Also, warte mal, war da noch eine Tür? Nein, ne? Nein, ich hoffe nicht. Und? Na, zum Glück nicht, Vitamine. Super, wir haben richtig viel Glück. Genau, wir haben einfach alle bösen Leute besiegt. Und die waren alle in so einer Kammer versteckt mit einem Geheimgang. Ja, genau, sind die. Aber wir haben es zusammen geschafft, Freunde. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ihr ein Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Centex-Army. Schau unbedingt bei meinen besten Freunden Vitamine vorbei. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. 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 Vielen Dank.